8 1 wir kommen zum ende die letzte welt die letzten level und die letzte tode hat ja sein können warum ist da einfach so eine münze nicht so ist gar nicht das ist die stelle da ist das versteckte wenn man alle münzen gesammelt hat aber tatsächlich kann man die man auch einfach nur so geschenkt wenn man der wenn man titelbildschirm ist und dann einfach in die welt reingehen im ersten level ist man konnte ja vorher keine münzen sammeln und deshalb das spiel so ja okay wie sind wir so nett und sport einfach trotzdem das war auch wenn ihr nicht alle mit gesammelt habt aber auch nur wenn ihr ja jetzt war uns nicht mehr das ist nur einmal da ja was bunt halt nur wenn ihr nicht die chance hatte in der dritten level jeweiligen welt alles zusammen ich bin doch gesprungen wenn ich schon gerade drüber rede dann kann ich euch direkt mal aufzeigen das war natürlich taktisch das jetzt noch mal gehen gegangen bin und mich doch mal losstellen die schlecht ist doch eigentlich bin ich bin ich gut aber alles war passiert was ich sagen ja wie immer du 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 so denn ich will es richtig anstellen damit es war trotzdem noch jetzt alle glücklich wunderbar wunderbar so Mitnehmen, 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 und ich bin gesprungen, ich bin gesprungen, aua, was soll'n das Spiel, also jetzt mal ehrlich, was soll'n das, ich sag's euch, ich bin gesprungen, man, okay, hast du noch was, nö, ja, also in diesem Level ist einfach nur sehr viele Gegner, also wirklich viele, viele Gegner, was weiß ich, ob da oben noch ein Power-Up oder Münzen sind, ah, Münzen, ja, ich mein, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich das Geld auch mal mitnehmen, Mario ist ja sonst arm, krieg dir sonst gar nichts von der Prinzessin geschenkt, oh, ja, und den Stern, der Power-Star, der wacht uns unbesiebbar, und das brauch' ich jetzt, denn sonst werde ich noch verrückt, nein, ich brauche, brauchen tue ich das erst recht nicht, ich leite ihn mir aus, und ich mach' mal, ne, auch wenn ich ein, eigentlich nicht unbedingt haben muss, hihi, wie auch immer, ich komm' jetzt schon das Level vorbei, ja, ist gut, so, das richtige Problem, das richtige Problem, kommt jetzt auch noch nicht, sondern das richtige Problem ist 8-3, 8-3 ist das schwerste Level meiner Meinung nach im Spiel, 8-2 ist noch mal das gleiche, nur mit, äh, mehr Tod, und Lakitu, also, wenn ich hier nochmal game over gehe, na, passiert, alter, ok, jetzt reich durch, ich glaub' hier ist, ah, man kann hier eigentlich killen, eigentlich schon, ah, hier ist es, das One-Up, hier ist nämlich auch nochmal ein Bonus One-Up, weil, warum nicht, entweder mal, mach' das, was ich hier grade mach', ach, schon gewartet, zum Glück, oder, was man auch machen kann, ist einfach den Block daneben, wenn du spawnt, kaputt machen, und dann, ah, das ist kein Pilz, ja, und dann, ne, kann man sich direkt schnell holen, und muss doch nicht abwarten, oh, man, oh, Gott, zu weit hoch, viel zu weit hoch, Brudi, Humpel, was war das denn, ne, der spawnt wieder neu, yeah, ich kann niemand sterben, wenn ich den jedes Mal bekommen sollte, was ich natürlich nicht tue, aber wenn ich ihn bekommen sollte, jedes Mal, dann bin ich unsterblich, mehr oder weniger, nein, wie auch immer, hier kann noch ein Pilz sein, hier ist ein safe, ein Pilz, safe, safe, na, ne, trau' ich mir nicht, ist mir egal, ist mir total egal, mann, weg mit dir, ist dir noch was, oh, das ist die Stelle, ah, so muss man's machen, okay, jetzt können wir noch ein paar Minzen mitnehmen, auch wenn ich ihn nicht behalten werde, weil ich bin wieder zurück, so, first time, yeah, so, wo landen wir, skippen wir damit das Level, ist das ja Speedwonder-Taktik, nein, wir gucken, wie viel man damit skippt, ah, das kleine Stück, und dafür hab ich jetzt meinen Pilz gegeben, ehrlich, ist das kleine Stück, oh, man, oh, man, was, oh, jetzt bitte nicht sterben, wie ist das, Ende des Levels, normale Sprünge reichen, okay, man kann noch spielen, zehn Minuten durchspiel, wenn ich sogar weniger, man kann auch fünf Minuten durchspielen, wenn man ein krasser Gamer ist, aber, ich brauch dafür über eine Stunde, auch gut, so, jetzt kommen wir zu meinem Hasslevel, 8, 3, warum, werden wir jetzt früh genug noch sehen, und zwar ab jetzt, das ist die Heimat, der, Hammer Bros, hier wohnen sie gefühlt, weil, hier wirst du nur gegen die ankämpfen, aber dann, ja, ist okay, spiel, ja, dieses Level ist der Grund, warum ich von diesem Spiel keine Speedruns mehr mache, weil hier enden die meisten Speedruns, da hab ich einfach gar keinen Bock mehr drauf, vielleicht mache ich sie irgendwann wieder, aber im Moment, bin ich da einfach, bin ich da einfach genervt von, ja, die Hammer haben eine sehr, sehr, sehr blöde Hitbox, falls ihr es noch nicht gewusst habt, oh, der Jump, der Freaking Jump, Mamma Mia, jetzt, BÄM, warum, hey Leute, wisst ihr was das heißt, mein letztes OneUp hat geschlagen, danach bin ich tot, und ich darf alles neu machen, ach, ist doch nicht wunderbar, noch mehr Mario Bros spielen, ach ja, da hab ich doch Bock, drauf jetzt, Hallöchen Freunde, bitte mich nicht abschießen, ich find das nicht so nett, ich dachte, wir sind ja, die allerbeste Freunde, Alter, man kann aber bestimmt noch ganz oben springen, von hier aus, aber, hab ich jetzt vergeigt, sehr gut, aber durch, komm, ist jetzt auch egal, was, 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 wie bitte, ich frag nochmal, wie bitte, wie bitte, okay, Leute, wir machen was krasses, machen was richtig krasses, die wissen, dass ich hier oben bin, und warten jetzt, oben, aber eigentlich, das ist auch nicht, das ist natürlich auch das schlechteste, das ist jetzt auch nicht so gut, die Zeit rennt mir halt auch irgendwann aus, ne, okay, ich weiß auch nicht, was das gerade für ein Jump war, der ist mir noch nie passiert, aber ich schieße zweimal, da wurde gezinkt, cheating, cheating, da sind die nächsten, die versuche ich das gleiche, obenrum hat es besser funktioniert, als untenrum, ah, ich weiß nicht, die nehmen wir gleich, ne, ah, teilweise, ach, das ist natürlich jetzt blöd, ja, die blöde piregne, und das hat künstlich keinen Checkpoint, so wie das vorherige und das vorherige, und jetzt gibt es auch einen Checkpoints mehr, und ich habe alles neu machen, hey, hi 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 hi, jetzt sind beide um, jetzt sind beide um, aber durch, ich hasse es, 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 okay, das war Klaus, ich habe mich fast noch bekommen damit, oder der Cooper, oder der Kugel will jetzt gleich, oh mein Gott, Alter, wie viel Glück ich gerade habe, auch wenn die Spites gerade ein bisschen rumbacken, ja, das ist das Problem, jetzt kommen richtig viele, hintereinander, jetzt kommen noch mehr, das ist einfach krank, das gleiche wie Bowser ist eigentlich die beste Taktik, dass man einfach unter ihm runter geht, bei ihm ist es sogar noch einfacher, bei dem Hammerbruder, weil er super hoch springt, aber sein Kumpel natürlich auch schon mal im Voraus geschossen hat, und es gibt keinen Checkpoint, also muss ich aber alles neu machen, ich sage euch, nicht mal das letzte Level ist so schwer, ich gehe einfach durch, okay, so, hatte ich den Cooper, kann ich den mitnehmen, okay, hierfür kann ich den mitnehmen, sehr schön, Taktik, ja, da ist ein Block, Mintzblock, aber den nehme ich jetzt nicht mit, zu riskant, aber jetzt, ja, jetzt gehe ich noch durch, okay, wir sind durch, das ist mir jetzt lieber, oh, Junge, ey, ich muss das Spiel mehr üben, man merkt, dass ich das lange nicht mehr gespielt habe, oh, Mann, aber hey, letztes Level, 8, 4, los geht's, jetzt müssen wir nicht direkt in den Lever fallen, Dankeschön, vielen, vielen Dank, so, und dieses Level ist dann erbringt, und ich zeige euch am besten jetzt nur den richtigen Weg, wenn ich ihn ja noch weiß, das ist mir so oft probiert, geübt, eigentlich müsste ich es noch wissen, ich glaube, aber hier, wo die Glöcke sind, ja, dann, hier, glaube ich, und dann oben eine, da gab's oben irgendwo noch eine Rohre, und dann sind wir da, also, mehr oder weniger, ah, nee, jetzt bin ich wieder am Anfang, nee, war falsch, vielleicht ist das die, nee, geht gar nicht, sind wir am Anfang, ja, nee, das war immer die richtige am Anfang, Moment, äh, hä, wo ist es hin, okay, ja, einmal die Rohre, die ist richtig, ich glaube, die war falsch, an hier, nein, ne, scheinbar weiß ich es nicht mehr, nee, wirklich, ich dachte, ich wüsste es noch, aber die muss richtig sein, warum auch immer, da manchmal die Piranha rumbackt, und verschwindet, einfach so, da kommen wir nicht rein, ach, hier war das mit der, oberen Röhre, okay, Daniel, die ist, die richtig, warum bin ich jetzt gestorben, verdammt, ich habe noch zwei nehmen, okay, jetzt war ich den Weg wieder, also, jetzt for real, for real, wir gehen einmal die Röhre, ich glaube, die nächste ist dann, die da oben ist, die Röhre, hier, da gibt es Blöcke zum hochgehen, die ich leider gerade nicht finde, ach komm, ey, diese blöden, braunen Koopasai, mit ihren grünen, dunkelgrünen, Shells, seid voll, voll die komische Farbpalette, solche Koopas hat man sonst nie wieder gesehen, oder, ich kann mich nicht erinnern, oder diese grauen Goombas auch, ja, dieses Spiel hat sehr komische Farbpaletten, auf jeden Fall, das werden wir gleich auch nochmal sehen, tatsächlich, aber dazu dann gleich mehr, oh Gott, ja, wieso nicht gleich so, ja, keine Ahnung, so, ja, dann, welche war es, ich glaube, die, nein, nochmal von vorne, yeah, so schwer ist das, Carste wirklich nicht, nur, muss man sich halt den, ich springe, ich springe, ich springe, ich springe, ich denke nicht ernsthaft, dass ich das wirklich nochmal mache, hier, hallo, ne, ne, auf gar keinen Fall, jetzt bitte, mach keine Faxen spielen, lass mich einfach, hier, jetzt, hoch, so, dann muss, das nicht die richtige sein, geht gar nicht, dann, war es, die, ja, diese komische Farbe, meine ich nämlich, was ist hier los, alter, unter Wasserschloss, mit, Feuerbalken unter Wasser, das geht auch nur Mario hin, und man kann auch unter Wasser, Feuerbälle schießen, na gut, ja, gleiche Logik, so, und jetzt sind wir beim Boss, aber, noch nicht ganz, wir haben erstmal noch einen von, der Sorte, bei den ganzen anderen, sterbe ich die ganze Zeit, bei den Heimerbrüdern, aber hier nicht, thank you Mario, your quest is over, we present you a new quest, push button beat to select the world, du, 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 ja, wie findet die Prinzessin Peach, mit ihrem weißen Kleid, hat sie eine Feuerblume, oder so, und, hier sieht es aus, als hätte sie nur, braune Haare, oder so, rote Haare, aber, eigentlich sollen es blonde Haare sein, Farbpaletten halt, damals, aber, laut Artwork, gut, laut Artwork, ist ein komplett grüne Bowser, eigentlich ein komplett grauer Bowser, der überhaupt nicht aussieht wie Bowser, aber, war es auch immer, das ist hier nicht Days vs. Peach, warte mal was, we present you a new quest, wie, B? Mit B kann ich jetzt hier die Welt wechseln, oh Gott, nein, keine new quest, nein, Leute, ich habe euch das gefallen, wenn ihr noch die new quest sehen wollt, vielleicht mache ich sie noch, da werden einfach alle Goombas versetzt durch Beatles, das heißt, jeder Gegner kann man rumschubsen, die fliegen hin und her, und generell ist das natürlich ein ganz, ganz, kleinen Ticken schwerer, ist es minimal, aber ich würde durchraschen, ah, ja, auf jeden Fall, sehen wir uns dann, bei einem anderen Super Mario Spiel, wieder, bis dann, und ciao, bei einem anderen Super Mario Spiel. bei einem anderen Super Mario Spiel. bei einem anderen Super Mario Spiel. bei einem Super Mario Spiel.